Okay, okay, okay. Okay, dann lad mich ein. Ja, auskauf mal mit Uri. Chat, ihr müsst dir helfen, bitte. Aber deine Uri ist gut. Ich glaube an die Uri. Ja, erste Game mit Uri. Dieses ist. Ja, die ist gut, die Uri, sag ich. Ich glaube an sie. Aber alles andere von dir ist nicht vermerkbar. Meine Wex ist vermerkbar. Bei den Wex? Ihr habt mit Wex gegen Freddy gespielt und gewonnen. Deine Wex ist ein Verbrechen, sag ich. No, 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 don't hit. Ich bin nicht. Ja, alles gut. Mein Mental Game ist jetzt Bulletproof hier für League. Warum? Denn das, was mir FIFA antut, kann mir League gar nicht antun. Weißt du, was ich meine? Das geht gar nicht. Warte ab. Nein, lieber. Wir werden heute eine fette Windstreak haben, Chat. Oh mein Gott. Jungler über mir. Ja, ja, ich... Ich habe Barrier. Schöner Ward. Warte mal. Wollen wir die rauf? Ne, oder? Die ATP, die kommt wieder. Weiß gar nicht. Oh gut, oh gut, oh gut. Hier, hier, hier. Komme. Bitte nicht. Geh mal weg. Oh mein Gott. Was passiert da bitte? Hast du ein Escape-Well-Played? Dass er mir den Ward da gibt, ne? Igitt. Hihi, der Rengo, er stinkt. Ich bin da, gechillt, gechillt, gechillt. Ich bin da Level 4, bin super underlevelt. Boah, hast du da schön gespielt. Nice. Was? Warum würde er mir diesen Ward geben, Chat? Oh mein Gott. Oh, ist Kräfte. Der fand ich mir die ganze Gang. Alle pingeln wie nach Hilfe, ich kann das nicht. Ne, ne, ne. Oh gut. Niemand meinte, mein Skill-Unterschied von meinem Gameplay und von meinem Farben ist so krass. Weil mein Farben im Arsch ist. Aber du fightest ja auch viel, ne? Ja, aber ich miss auch viel. Ja, okay. Ehrlich gesagt, du bist gut am fighten, deswegen ist das grütisch. Hat die was Mitte? Alles. Okay. Die lässt diese dicke Wave-Done crashen für den Drake? Ja. Schon krass, viel Angst. Oh, richtig. Was? Mit dem Solo-Bolo. Überhaupt, die hat keinen Flash gehabt. Vielleicht war Ori mein auch? Oh, Ori ist so langweilig. Findest du? Ich find Ori richtig geil zu spielen. How could you tell? I like Glocks. Oh. 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 Okay. Challenger. Oh, Ori. Okay. Räder. Ja, ja. Keiner was sein sollte. Ah, ich nehm die Plate. Ah. Oh, guter Escaptor, sah ich. Oh. Scheiße. Machst du her, kommst du im Blue? Äh, du bist schon im Deck. Ja. Dürfen wir den machen hier? Nö. Dianas kommt Zeit. Der Support, wenn du vorher da bist, ist krank. Oh, my God. Ho, ho, ho. Das ist der Geistes. Dass er einfach einen Glänzert auf seinem Spell ist das krank. Der ist geflasht, oh. Ja, ist okay, ist gut. Megaflasht raus, ist so wichtig. Es ist ja gruselig, dass er versucht hat, sogar den Drake zu holen. Ja, der ist. Der ist so confident. Oh, das kracht komplett. Diana Mitte. Oh. Das ist belastend. Oh, es wird ein roughes Game. Wer hat 2 Level Surrender? Ich bin wieder so underleveled, ich kann das nicht. In Borderlands halt 8, 6. Uff. Oh. Oh. Super stark. Okay, nice. Sehr gut. Schön. Lol. Können wir jetzt 2 Turrets machen? Hm, das könnte hier jetzt sein Wengas ab. Oh, auf jeden Fall den ist ein Drake. Sehr big. Oh, ich bin gut zurückgekommen. Nice. Geh ich wirklich Chat? Äh. Chat spielen? Hm. Das war die Gier. Das war die Gier. Das war die Gier. Oh. 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 Kommst du? Good one. Oh. Okay, nice. Geh chillt. Wieder rauskommen. Super. Nice. Sehr gut. Der Davos hat meine Ultops genommen. Ich hab fast 2 Leute geultet und er hat die rausge... Ehhh. Bastard. Ich glaub Sonja ist eigentlich das dritte was ich gehen muss. Oder Chat. Aber ich muss rubber. Ich brauch Damage. Vielleicht müsste ich kurz Risiko spielen. Ja. Hier komm ich. Super. Tarmic TP. Trotz Flagfinishing es geht. Da muss man tanken. Mh. 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 Okay. Stark. Auf sie. 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 Warum waren da keine Minions mehr. Ich dachte da wär noch welche. Okay. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht auf den Darius. Törner deiner Bresse. Dumpf. Ganz weit. Auf sie. Oh ne. Oh ne. Die Spinne. Iiiiih. Ha ha. Oh. Stark. Die Spinne. Iiiih. Rengard's probiert. Iiiih. Schau wichtig. Schnell bevor ich einen Turret noch wenigstens... Oh, ich habe einen Turret bekommen. Rengar, ich bin mit dir. Jajaja, ich ulter. Die wollen rein. Kann die? Lass den Turret machen. Hab ich, okay. Rengar hier. Au, was? Ja, die macht viel Damage. Das hat mich so gestört, dass die mir einen Schaden macht. Was gehe ich jetzt? Einfach Void wahrscheinlich, ne? Void abfeuern. Oh mein Gott. Big, big, big. Super. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Du mein Schaden ist crazy. Mhm. Obwohl der ist Level 13. Wie? Wie? Ah, die meine. Wirklich scared. Ach du Scheiße, der Syndra Schaden. Exitutes. Schöner Ulter. Nein, musst du nicht? Oh, doch, doch. Genau. Kann dauernst du vielleicht Zone? Ich mag. Oder du? Ne, ne nicht die Spinne wieder, oder? Ne, ne. Ne, ist wieder schlechte Ideas. Oh, das ist geflasht. Nexos Tower, 1 AP. Okay, wir kicken euch auch weg. Oh, Scheiße. Schon wieder. Ne, der hat den schon wieder rausgekickt. Oh mein Gott, der Sch... Was? Ist der geplatzt? Hilfe. Ihhh. Ist der dumm. Ist der dumm, der Ringer. Oh mein Gott. Ihhh. 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 Scheiße. Chill. Ghhh. Nein! Bastard. GGs. Get the creeps. Ich bin nicht so eine gute Ori, Chad. Ihhh. Ihhh. GG. Better Jungle wins, hat die Serie geschrieben. Ihhh. Ihhh. Schleiberin. Nur weil die Bio ist. Ihhh. Ist der ja in der Mitte? Mhm. Auch interessant. Also... Oh mein Gott. Weiß, Wotzeit. Bis da. Durchgesehen. Ganz laut. Okay. Ihhh. Das ist krass. Ich habe verkackt. Ich habe richtig reingeschissen. Ich habe schlecht gespielt. Ich stehe 3-1 und er will FF'n. Ich kann es nicht. Ist okay. Alles gut. Wir kommen über das Lake-Game. Wir haben hier wirklich ein monströses Lake-Game. Kylo, Level 16 GG. Zwei Mitte. Oh, die Bot-Nin fährt. Die Firma hier. So an die Wand. Ich glaube, Bot-Nin war ignorieren. Mitte und Top-Nin spielen. Schöne Barrier. Nice. Haben Sie hier? Schade. Wie weit war Jam? Oh, eine Sekunde. Nicht mal... Okay, Leute, Jin. No way. Sie jukt ihn da so weg. Alter. Schere. Bro. Schere. Das ist eine Krankheit. Ich muss das eh feuern, wenn sie wohl nicht spielst. Das tut mir leid. Okay. Okay. Die haben halt Objectives, aber es ist okay. Okay, wir killen und kommen zurück. Alles. Ein so'n Ding haben wir, so'n Void. Äh, ein so'n... Haben wir einen? Ja. Okay, nice. Ja. Der Naughtilus, der wird, der gibt scheiß Pings. Ich mute den jetzt. Mach das, mach das. Ich hasse das auch. Und hier bin lieber für Spamping. Lieber Spamping. Nee, der pingt ganz komisch. Und dann geht er aber raus selber. Also, der baitet sich voll. Weg mit dem. Oh, der sich bewegt. Und ich in diesem Gang da stehe. Ich stehe in diesem Gang. Horrible. Das stimmt aber auch nicht. Hier ist Q. Ich geh den Klemmer an, wenn er mit meiner Ulti ist. Was geisteskrank. Oh no. Ich hab das gewalt. Ja. Ja, Flash die gut, oder? Alles klar. Ich hab mir keinen Kill. Ich hab mir keinen Kill genehmigt. Alles okay. Wir haben Drag denied. Ist gut. Digga, wie kann der so auf die Hooks messen? Ja, I guess it´s ok. Ich will mehr als zu seinen Turret immer holen, als auch den Bot-Turret, weil wir den jetzt mal brauchen. Hier ist ein, hier ist ein. Hier ist ein. Wir laschen hier. Slow. Don´s low. Hm. Soll ich euch da dann out? Das ist crazy. Ich glaube nicht, Iso. Ich glaube nicht. Ich hab mal kackt. Barrier gedrückt anstatt ult. Schere. Egal. Egal. Oh, die Kylo, die Kylo. Wahrscheinlich Kylo. Der ist Kylo, die heißt doch Kale. Das ist Kylo. Nein. Das ist eine treue Kylo. Ey, du kleine Nutte. Ja. Nur weil ich so. Lisa hab ich gesagt. Leute. Ich hab Lisa gesagt. Sie geht. Ey, Danny. Was Isa sag? Ich hab mal Lisa geworden. Bald sag ich auch das andere Wort zu dir. Hm, was denn? Was denn? Was denn? Spricht dich aus, hm? Ich schau mich nicht. Ich schau mich nicht. Scheiße. Daddy? Daddy? Nein. 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 Wofür baue ich Full Damage, Jayco, wenn ich keinen Schaden mache, Chad? Wo sind denn die alten Oldschool Zeiten, wo ich einfach nur mit einem Auto ihn töte? Wo ist das? 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 ich bin dann die ganze zeit verwirrt wer wohl die ist weil die ist es weil sie Minions haben weil die juke so kurz rein oh mein gott ja 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 ich habe noch nie bei uns so oft hoax bis sie mit nautilus ich spiel den dieser was ist schön wird der hohe sohn no way missmann so ist no way leider der toll oh mein gott oh oh hey kylo ey guck mal wie viele assist ich habe 24 ich hab 24 fucking assist isa haben wir 3 84 wieder gewinnen Wahrscheinlich. Geil Problem. Das ist so ein hässlicher Cutterskin, also wer auch immer den spielt. Oh shit, was macht der da? Was ist seine Mission? Shaco? Mein Gott! Der Cage. Oh mein Gott. Die Morgana ist anders gut. Alter, well played Morg. What the fuck? Ich will auch so einen Support haben. Die kommt dir auf die Lane. Kill. Okay, super. Von dieser Portugiesisch? Nein. Ein kräftiges Obrigado kann sie auf jeden Fall. Ich muss anders sagen. Wohin ging das? Nach Australien? Okay. Bisschen behind it. Wäre das okay. Oh. 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 Oh, der ist los. Oh, der ist los. Der ist los. Aber ich war auch oft alleine, das sage ich. Immer gerne, dass ich auf den Umgang bin. So. Don't fuck with me. Der Feig. Super Feig. Das schmeckt super, das schmeckt. Die Ente wird gecarried, richtig. Warum macht der Shaco so einen guten Schaden, Shad? Weil der Adi geht. Ja, aber so einen Schaden habe ich nicht gemacht als Adi Shaco. Ich schaue sein Bild auf hier einfach. Ja, ich schwöre. Das ist ein Zykloschwert. Okay. Guck mal, Mundo Bot Lane, Nasus Bot Lane. Kartus ist irgendwo hier. Entweder wir pushen, oder... Wir können den Nationen eigentlich tanken. Ich glaube, wir hätten Barrel machen können. Oh, du warst nicht da. Ja, weil ich gepusht habe. Und Kartus war bei mir. Dadurch... Checks? Könnt ihr weiter pushen? Weil dann haben wir Druck auf beiden Lanes und die kommen nicht nur zu mir, weißt du? Abfahrt. Nein, nein, nein. Nein, der kann 600. Was? 600? Echt? 600? Das macht mir fast gar keinen Damage. Alter. Oh mein Gott. Oh, der Nasus wird sich nicht bewegen können. So schön. Oh, der Nasus guckt ihr euch an. Und dann mit seinen 600, wenn er das Spiel aber nicht spielen darf. Dann auch spielen. Das war Harry. Jungle Diff, GG! Jungle Diff, wenn er ist der Jungle selber schreibt, cringe. Cringe as fuck. Peinlich. Oh! Der Pike! Der Pike war auf der Lane echt nicht schlecht so! Wie kann da jetzt hier 2 zu 15 in einem Unterrennen? also auf den war echt nicht schlecht oder ich bin aber so doch steht deshalb damit sie einfach ja sagt mich aufzubauen mit dem ich die lügen ist gar nicht so schlecht zu lügen ich würde dich niemals anlegen für das mental game weißt du ja der war schon ziemlich gut gegen den kann man drüber die leiden verlieren jetzt tollt er halt so kommt der wave holt oh der tower push oh der schaden was ich da mache ich denke ich sehe nicht ich mache das ich mache jetzt gar nichts das spiel ist das krank ich habe ein outfit gemacht den geht es bei einen fein oh die 50 holen ab oh mein Gott der fein war ne Q E oh GGs easy game kurz gecarried sah ich ja der Carrey war stark Bis zum nächsten Mal.